Der Wald als Lebensraum produziert Sauerstoff, schützt den Boden, bietet Leben für Tiere und Pflanzen und Erholung für uns Menschen. KUK hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Rohstoff zu nutzen. Für uns ist Holz nicht nur eine natürlich nachwachsende, dem Menschen vertraute Ressource, sondern auch ein ausgereifter Hightech-Werkstoff aus unserer Region, mit dem wir innovative Akzente setzen. HolzbauKrug ist ihr Partner für innovative Dachkonstruktionen aus Nagelplattenbindern. Planer, Architekten, Generalunternehmer und private Bauherren schätzen immer wieder die Wirtschaftlichkeit und Effizienz der leichten und optimierten KUK-Dachkonstruktionen. HolzbauKrug steht national und international seit 60 Jahren für höchste Qualität. Im Gewerbebau mit stabilen Dachkonstruktionen für Einkaufsmärkte. Wand- und Dachkonstruktionen für mehrgeschossigen Holzbau. Aber ebenso überzeugt Krug im Agrarbau mit weitgespannten Dachkonstruktionen für Mastanlagen. Und im Wohnungsbau setzt Krug mit ökonomischen Dachtypen für Einfamilienhäuser und Wohnanlagen den passenden Hut auf jedes Wohngebäude. Für Sie und Ihre Zufriedenheit konzipieren, berechnen, fertigen, transportieren und montieren wir Ihr Dach aus einer Hand. Die heimische Natur schenkt uns Ihr Holz. Wir schenken Ihnen Nachhaltigkeit und unser Know-how. Krug. Clever leben mit Holz.